Hallo meine lieben Kreativen! Ja, heute mal wieder live vor der Kamera. Lang, lang ist es her. Das letzte Mal war es beim Livestream in der Weihnachtszeit. Ja, und da bin ich auch direkt gleich beim Thema, nämlich ihr habt euch bei dem Livestream ein Fantreffen gewünscht. Und ich hatte bei diesem Livestream gesagt, dass ich gerne damit noch ein bisschen warten wollen würde. Und ja, jetzt habe ich mir aber gedacht, da ich etwas vorhabe in etwa drei Wochen, warum verbinde ich das nicht einfach und wer Lust hat, kommt da eben auch hin. Und zwar ist wieder die Kreativa in Dortmund. Die wird sein vom, jetzt muss ich kurz überlegen, genau vom 13. bis zum 17. 13.3. ist ein Mittwoch und die geht dann bis Sonntag. Ich habe mir vorgenommen, ein paar Tage auf jeden Fall dorthin zu gehen. Also ich werde wieder nach Dortmund zu meinen Freunden fahren, werde dort wieder übernächtigen. Und ich dachte mir, Samstag und Sonntag ist auch die Cake Dream. Diese beiden Tage ist dann eben auch oben das Geschoss noch offen, wo die Cake Dream ist. Und ich dachte mir, das wäre ein guter Zeitpunkt. Ich gucke ab und zu runter, weil hier unten ist mein Bullet Journal, wo ich mir meine Termine aufgeschrieben habe. Ja, und ich dachte mir, der Samstag wäre ein super Tag, um dort eben die Fans zu treffen. Und ich hatte mir überlegt, dass ich so vielleicht um die Mittagszeit rum das gerne machen wollen würde. Also ganz genau, welche Uhrzeit kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen. So ganz genau habe ich mir darüber jetzt noch keinen Kopf gemacht. Also ich weiß, so ungefähr um die Mittagszeit würde ich ganz schön finden. Und ja, es wäre natürlich gut zu wissen, ob ihr denn überhaupt Interesse habt, ob ihr Lust habt. Also wie gesagt, in dem Livestream haben einige von euch gesagt, oh ja, Fan treffen. Aber das Problem ist ja immer, YouTube ist ja nun mal sehr weit gefächert. Und ihr könnt ja von allen möglichen Teilen von Deutschland kommen. Deswegen weiß ich natürlich nicht, ob von euch jemand überhaupt Lust hat, bis nach Dortmund zu fahren. Deswegen würde ich alles Weitere eigentlich gerne dann planen, wenn ich weiß, wie viele Leute in etwa Lust haben, zu diesem Fantreffen zu kommen. Das ist bei der Westfalenhalle. Dort findet die Kreativa statt. Ich packe euch unten in die Infobox den Link, wo ihr Informationen zur Kreativa bekommt und wo ihr euch auch Tickets kaufen könnt, falls ihr dann eben Lust habt, mit mir dann auch dort reinzugehen. Ich bin da auch ein bisschen unabhängig, also es wäre auch nicht so schlimm, wenn wir uns vormittags schon dort treffen, damit man eben mehr Zeit auf der Kreativa dann hat. Dann kann man gemeinsam dort ein bisschen rumlaufen. Ich hatte mir halt vorgenommen, dass ich ein, zwei Tage auf jeden Fall mir die Kreativa erstmal in Ruhe alleine angucken möchte. Ich werde auch die Kamera wieder mitnehmen und werde mal schauen, inwieweit es möglich ist, dort zu filmen. Durch dieses ganze neue Persönlichkeitsrechtsgesetz weiß ich jetzt nicht, inwieweit ich das alles machen darf. Da werde ich mich dann erstmal erkundigen oder mich umgucken, wie andere das machen. Und da kann ich noch nicht genau sagen, wie viel ich euch davon filmen werde, aber ich werde auf jeden Fall wieder ein paar Ausschnitte machen und werde euch dann natürlich auch zeigen, was ich mir von der Kreativa alles mitgenommen habe und so weiter. Genau, also wer Lust hat am Samstag, den 16.03. zu einem Fantreffen beziehungsweise einen Bummel mit mir durch die Kreativa, der ist herzlich eingeladen. Seid bitte so nett, schreibt unten in die Kommentare, jawohl, ich bin dabei oder ja, ich komme zum Fantreffen, aber auf die Kreativa möchte ich nicht oder, 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 also einfach, ob ihr Lust habt, dabei zu sein. Wer jetzt sagt, nö, habe ich überhaupt keinen Bock drauf und ich möchte auch gar keinen Fantreffen, überhaupt kein Problem, dann hinterlasst ihr eben einfach gar keinen Kommentar. Und ja, für alle anderen, die es sich gewünscht haben, vielleicht ist Dortmund auch ein guter zentraler Punkt, wo vielleicht viele herkommen, für die es eben nicht so weit ist. Ich meine, es gibt auch immer die Möglichkeiten von Fahrgemeinschaften, wenn Leute näher aneinander wohnen. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, ich finde es eh cool, wenn hier auf dem Kanal so ein bisschen, ja, so ein familielles Zusammensein ist. Das würde mir gut gefallen. Und deswegen, ja, warum kann man keine Fahrgemeinschaften machen, wenn mehrere Leute vom selben Ort kommen? Da könnt ihr euch ja in den Kommentaren ohne Probleme austauschen. Ich habe auch in meiner Infobox, da ist jetzt ein neuer Link dabei, den habe ich, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Tagen in meine Standardeinstellungen mit hinzugefügt. Und zwar gibt es ja jetzt von YouTube diese Möglichkeit, dass man direkt mit den Leuten über YouTube chatten kann. Und ja, dafür muss man die Leute eben einladen und muss denen dann eben einen Link schicken. Und ich habe diesen Link einfach mal unten in die Infobox rein kopiert. Und ja, wenn ihr dann mit mir befreundet sein möchtet und mir direkt über YouTube Nachrichten schicken möchtet, dann könnt ihr auf diesen Link klicken. Das ist da unten, wo auch immer meine E-Mail-Adresse steht, wo ihr mir auch Nachrichten zukommen lassen könnt. Und dort müsst ihr dann selber mal gucken. Ich habe das auch noch nicht ausprobiert. Ich müsste mir auch selber mal ein Video anschauen, wie das denn funktioniert mit dem YouTube Chat oder YouTube Freunde. Das muss ich mir selbst noch mal genauer angucken. Da habe ich mir auch noch gar keine Infos zu geholt. Ich hatte es halt nur mal ausprobiert. Ich habe mal draufgeklickt und wollte Freunde hinzufügen, und das ging halt nur, indem man denen diesen Link schickt und sie dann eben einlädt. Genau. Und ja, ihr könnt das gerne mal ausprobieren und könnt da mal den Link kopieren und könnt dann mal gucken, was passiert, wo ihr dahin geleitet werdet oder ob ihr dann direkt in meine Freundschaftsliste wandert. Das weiß ich halt nicht. Wie gesagt, ich schaue mir dazu noch mal ein Video an und vielleicht gebe ich dann noch mal ein Statement dazu, wie das funktioniert. Oder verlinke euch irgendwann mal unten in der Infobox das Video, wo es erklärt wurde, wo ich es dann gut verstanden habe, wenn es denn sowas schon gibt. Okay, so, jetzt aber noch genug drum herum geredet, ne? Also, wie gesagt, am Samstag, den 16.03. Und über die Uhrzeit tauschen wir uns noch in den Kommentaren ab, wie es am besten passt. Okay, ihr Lieben, ich sage danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!